Die Ampelparteien wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen. Stattdessen soll es neue Gesetzesregelungen geben, mit denen einige Corona-Maßnahmen fortbestehen können. SPD, Grüne und FDP wollen wieder allen kostenlose Corona-Schnelltests anbieten, also auch Ungeimpften. Die Strategie, über kostenpflichtige Tests Druck auf Impfgegner auszuüben, sei gescheitert, heißt es bei den Grünen. Dem bundesweiten Ruf nach einer einheitlichen 2G-Regel, wie sie in Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg bereits eingeführt wurde, lehnen die Ampelparteien ab. 2G solle nach deren Willen nur dort gelten, wo die Inzidenzen hoch sind. Die Bundesländer können solche Regelungen darüber hinaus auf eigene Faust erlassen. Dafür sprechen sich die Ampelparteien für eine verpflichtende 3G-Regel am Arbeitsplatz aus. Damit solle der Schutz auch für Geimpfte erhöht werden. Die neuen Gesetzesregelungen sollen am Donnerstag im Bundestag beraten werden.